Die Funky Junkies pünktlich zum Wartaufspieler ins Gefecht eingestiegen mit Tyrann. Ich habe meinen Motorhull dabei. Ich meine natürlich meinen Verbandskasten. Ich meine natürlich meine Werkzeugkiste. Naja, ist ja alles das gleiche. So. Wir werden verlieren, weißt du auch warum? Weil wir schlecht sind. Und wenn man das runterspielt, dann gewinnt man. Und ich schon wieder Morowanka. Ich will nicht jetzt jetzt auf. Auf geht's. Und mal jetzt für mich, ey. Das ist doch noch nicht mal voll normal. Oh, wird stecken gewesen. Ah, da hinten sind wir schon. Jürgen, wo da hinten sind sie. Ziel erfasst, wo sind sie hin? Ziel erfasst, wo sind sie hin? Ziel erfasst, wir haben das Ziel verloren. Der ist abgeprallt. Ziel erfasst, wo sind sie hin? Der ist ein Okay, jetzt. Ziele fasst! Der ging nicht durch! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wo sind sie hin? Der ging nicht durch! Wo sind sie hin? Der ging nicht durch! Wirkungstreffer! Ziel erfasst! Ich sehe sie nicht mehr! Ziel erfasst! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Der ging nicht durch! Ziel erfasst! Ziel verloren! Ziel erfasst! Ziel erfasst! Ihr habt sie nicht gemacht! Hier war es ein boner Sicil. Wir haben sie nicht durch! Was bei A7, da bin doch ich, da ist doch keine Sau. Wie hast du schon längst gesehen. Soll ich schießen die auf uns. Feuer, Erlaubnis erteilt! Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Das war's für uns. Los hier! Nein, nein! Wo sind die Spannen? Da hinten ist der. Ja, aber den, den ich hatte da vor mir. Ah ja. Musst du schreiben, it's only a game. So big, da, guck mal da, greif dich an. Obwohl... Achso, du bist tot. Ich hab ihn verloren. Hurt sich los через die Zeit. Ich hab ihn verloren. Na ja, dann bis zur nächsten Runde, meine lieben Zuschauer. Warum gewonnen? Äh, nee, nicht verloren.